Selbstverantwortung Bedeutet, die Opferrolle zu verlassen und aktiv zu versuchen, die eigenen Ziele zu erreichen. Bei Problemen fühlen wir uns oft als Opfer. Dann fühlen wir uns ohnmächtig und alleine gelassen. Um die Opferrolle abzugeben, setze dich nicht mit deinem Selbstmitleid auseinander, sondern mit den Umständen und überlege, wie du sie aktiv verändern kannst. Resiliente Menschen übernehmen die Verantwortung für ihr Handeln und sehen sich nicht als Opfer anderer Menschen oder äußerer Umstände. Lange Schuldgefühle zu haben oder anderen die Schuld zu geben, bringt dich nicht an dein Ziel. Versuche realistisch einzuschätzen, welchen Anteil du selbst zur gegenwärtigen Krise beigetragen hast. Vertraue auf deine eigenen Kompetenzen und nimm dein Leben in die Hand. Vertraue auf deinem Sonntest auf Wiedersehen. Vielen Dank.